Und hier sind wir auch schon mit Teil 4, und das ist der einzige Part, den wir an, also, den dritten Part haben wir auch schon gespielt, und jetzt hier den vierten Teil, der folgt jetzt direkt nach dem dritten Teil, wenn man das so versteht. Okay, ich hab Diddy. Egal, dann roll einfach nicht, normal. Ich roll nicht. Ja, ja. Dann, ähm, die Levelreihenfolge ist etwas doof auf der Map, aber egal. Also es geht von links nach rechts, dann nach oben, unten. So, einfach anfangen. Ich sag wieder mein Kommando, auf die Plätze, fertig, los. Na, ich seh jetzt auch, den nimmt auf, das ist gut. Aber mir nimmt er jetzt auch alles auf. Ja. Klapperschienen. Jetzt roll aber wirklich nicht mit Diddy, also nicht zwei Sekunden. Du wirst sehen, dass ich nicht rolle. Ich tu dann auch wieder so, als ich ein Diddy kann holen. Und danach darfst du wieder rollen, und ja, da ist er ja schon. So, Diddy kann geholt. Jetzt darf ich auch rollen. Wieso springst du mal auf den Gegner da? Ich hab grad gehört, wie du auf den Gegner gesprungen bist. Okay. So, jetzt kommt Laura. Oh Gott. Oh mein Gott, ich hab schon fast gefehlt. Meine Lieblingslevel von den Lauren gefehlt. Meins auch. Ich freu mich schon so drauf, weil ich hier fehlen werde. Hier muss man sich übelst konzentrieren, und ich hab direkt gefehlt. Dann sag doch nix mal jetzt. Ja, okay. Gerade bei der Lauren mussten wir sowas von konzentrieren. Ja. Also nicht so viel sagen. Komm, 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 komm. So, so. Hier ist noch vieles offen. Natürlich. Gerade die Lauren-Level, die sind immer riskant. Die sind übelst scheiße. Das ist doch fast nicht schnell, was? Man sollte es nicht fair schreien. Wir sollten mal öfters Checkpoints kommen. Für ein Let's Race ist das ganz praktisch. Bis jetzt ist ja noch okay. Fertig. Wie das? Ja, du hast nicht gefehlt. Ich hab schon da gefehlt. Bist du runtergeflogen? Nee, nee. Ah, ich hätte direkt da rein. Ich hab gewartet. Ich hoffe, er nimmt alles auf. Ja, er nimmt alles auf. Okay, ich bin jetzt auffertig. Okay. Klammer Affenfarbe, okay? Jetzt ist die... Ah, da springt man auch auf den Ding. Also ist auch nicht... Es gibt hier eigentlich... Es gibt hier nicht zwei Level mit diesem Flugfass. Ich weiß nicht. Bitte sag's nicht. Ah, das ist das hier. Das ist geil. Das ist geil. Das ist auch geil. Das ist auch einer meiner Level. Die du magst. Ja. Von den Lauren-Level. Also von der Welt. Ja. Mach das. Das ist doof. Aber welcher... Na, welcher in der Welt 5? Die Sachen alle sammeln? Hier ist man vielleicht etwas schneller. Nein, ich bin in den Bonus gegangen. Dann bleib drin oder spring direkt wieder raus. Ich spring direkt wieder raus. Oh nee, was mach ich denn? Ja, das ist jetzt nicht so schlimm wie fehlen, wollte ich nur sagen. Trotzdem, das hat doch so viel Zeit verkostet. Naja. Och, Manu. Was mach ich denn? Ich spring auch noch zurück, um dann fast zu kommen. Das war Dummheit von Link X2. Tja. Nein! Was ist das denn? Ich bin zwischen den zwei Wagen runtergesprungen. Ah, da war ich gerade gewesen. So bist du runtergefrungen. Och Gott, ey. Checkpoint. Ey, ich bin in den Bonus gegangen. Also... Ja, der Bonus ist immer noch besser als fehlen. Oder nicht? Okay, das stimmt, aber... Trotzdem. So Fehler mache ich immer. Sind ja keine großen Fehler. Ja, trotzdem. Aber ich bin so dumm und spring auch noch zurück in den Bonus. Ich hoffe, ich werde später in das Bonus da rein und wäre nun mal sogar noch gefehlt. Oh Gott. Oh, gefehlt! Geiles Spiel! Geiles Spiel! Macht das Spaß! Ja, du bist wenigstens noch mal im Checkpoint gewesen. Ja, das bin ich. Bist du auch mal im Checkpoint? Nein. Zum Glück. Dann bin ich ja nach vorn. So ein Scheiß. Warum bin ich da hochgesprungen davor? Aber ich... Zwischen den zwei Wägen bin ich auch schon mal, äh... Hängig. Tja, hier ist der... Ach, da war's sogar. Stoppt das. Du musst da ganzer B halten. Wenn ich einmal loslasse, dann ist das vorbei. Ja, eben. Das ist dieses... Ich halte... Ich drück gleich den Knopf ganz ein. Und der rutscht mir langsam von meinen Händen, weil ich... Ich... So nervös bin. Tja. Das glaubst du gar nicht. Ich bin jetzt fertig, denn ich kenne den Schlusssieg. Weil ich gestern noch die Puzzleteile hier gesammelt habe. Zwar nicht alle, aber... Was, du sammelst Puzzleteile hier? Nein, ich hab gestern zwei... Die sind zwei Level noch gemacht. Also die ersten beiden kenne ich schon gestern. Was machst du denn mal Level? Weil ich will ja mein, alle Puzzleteile am Sammeln. Ich will mal wissen, wie das K-Level hier ist. Ja, ich hab's glaube ich schon. Ganz runter ist das Feld. Eine Bombi-Gefahrt. Oh, das sind die... Oh, nee. Ja, jetzt ist das Ziel, aber... Mh... Ich bin schon wieder total am Fällen. Naja, komm. Pass auf, vielleicht mal bei der Rakete bei mir. Oh, yay. Ach da. Mh, ich seh schon. Wo ist denn das dritte? Okay, jetzt spielen wir dieses... Eine Bombi-Gefahrt. Das ist... Ich kenne die ganzen Titel der Level nur noch auf Englisch. Ach, hier spinnt man mit dem Wagen. Also nicht aus dem Wagen. Oh, Gott. Hier hast du mal oft gefehlt. Hier fäll' ich einfach. Ja, von meinem Fail-Level war das hier. War auch vom letzten Mal bei Markus. Der hatte auch hier sowas von gefehlt. Aber das ist normal, wenn man das Level nicht kennt. Eben. Und ich hab auch schon viele Kommentare bekommen. Wie... Boah, Alter, wie failst du und so weiter. Hab ich einfach geschrieben. Äh, spiel, spiel selber. Dann sag was zu mir. Und hab direkt geblockt. Denn man soll gar nicht so lange mit denen rumkommandieren. Einfach blocken. Und dann hat sich das erledigt. Und dann kann er keine Kommentare mehr schreiben. Und glaub ich, du findest... Nee, zu deinen Videos nicht mehr. So ist es gut. Ich weiß gerade, wo du warst. Ich weiß gerade, wo du warst. Weil du viele Maulwürfen hast. Richtig. Das hört man auch. Ich hör auch immer, wenn du failst, dann hör ich den Donkey Kong nicht schreien. UR! Da war ich jetzt gerade auch. Oh, egal. Oh, mein Headset rutscht. Das ist... Doof. Oh, jetzt war das mit den Rollen, wo das Ding sich so dreht. Das geht schnell, danach ist es zäh. Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Hier kann man auch schnell failen. Weil man sieht... Nein, ich hab gefailt. Weil er nicht gesprungen ist. Du dumme Real Mode. Die ist nicht gesprungen. Oh mein Gott. Ich seh ihn. Na, klasse. Ich kenn das, wenn der nicht schränkt. Das ist auch so ein Fehler, den man nicht merkt. Nicht, dass man nicht richtig gedrückt hätte. Ja, ich hab's jetzt geschafft. Und der stolpert nochmal. Und ich hab... Na, wieso hab ich geschüttelt? Egal. Ich hatte Bock dazu. Ich... Sorry, ihr merkt schon wahrscheinlich, dass ich grad überhaupt keinen Bock hab. Ich hab auch immer mal keinen Bock auf gar nichts. 3, 3, 3... Was hier ist da? Und die Leute, die mich kennen als Lingus oder Brayso, wie ihr schon gemerkt habt, kommen weniger Videos, denn... Wenn... Ich... Wenn manchmal... Ich mach zu viel auf einmal, denn... Ich kenn das. Umso mehr... Umso mehr Abos, dann kann ich mehr Videos machen, aber... Nein, das fasst nicht... Also eines der... Ich mach's so... Okay, jetzt hat er gesprungen. Klasse. Ich will jetzt... Nichts hier zu sagen. Ich möcht mich einfach nur konzentrieren. Ich hasse euch. Also dieses Level hier. Die Maulwürfe hasse ich. Wo muss ich jetzt? Oh, ganz oben, ne? Oh mein Gott. Ich hab mein ganzes Level hier ohne zu fehlen geschafft in der 8. Welt, doch, oder? Ich hab die beide, meine ich, ohne zu fehlen geschafft in meinem Playroom. Durch Glück, durch Skill und durch... Okay, ich hab geflunkert. Ich bin jetzt fast beim Boss. Ja, klar. Nee, Spaß. Ja, also manchmal fällt's auf, wenn du was sagst. Wenn es überhaupt nicht... Was ist das? Oh, Rakete? Rakete? Richtig. What the... Bitte nicht. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich hab grad gefehlt bei so einer Maulwürfe Luftballon. Meine Hass der Willen. Vor allem mit den Fähern meistens das Schlimmste. Das will ich gar nicht erstmal ansprechen. Nee. Und nee, es kommt der Endpost wieder hierher gefahren. Ach, da bist du. Ey, jetzt, sterb! Du, oder stirb! Maulwürfe kann doch nie Luftballon schieben, ne? Wow, 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 wow. Beinahe wär ich gut, dass ich dir die... Die geben wollte. Ach, den kann nicht schon. Ich will kein... Oh, ich will einfach nur sicher Checkpoint. Gut. Ich will kein... Oh, ich will einfach nur sicher Checkpoint. Gut. Genau, jetzt bin ich da auch. Oh mein Gott. Oh Gott. Aber ich hab's jetzt bis jetzt noch. Oh! Ja, du hast mich eben schon gewollt, dass ich die Fähigkeit bin. Du warst auch. Oh, die Maulwürfe hier, wenn der Bände ist, das Ding, das ist, so, 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 so. Das ist heftig. Und hier, wenn du durch die Höhle krabbelnst. Das ist auch so, dass du die Höhle kommst. Kommt jetzt die Höhle. Ja, die Höhle kommst. Oh, ne. Komm, 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 komm. Oh Gott. Okay. Überlebt. Oh Gott. Wow. Wow. Wo ist der Werf? So. Ich bin auch fertig. Okay. Oh mein Gott. Nein, ich... Ich bin auch fertig. Ich hätte... Scheiß, spring doch. Spring doch. Boah, ich hab das Ziel verfehlt. Ich bin doof. Ich verfehle... Ich springe auf die Fähigkeit vorbei. Es kommt dann mit den Fledermäusen, mein schlimmster Albtraum. Welches kommt denn jetzt? Welches? Höhlenarts. Drei bis... Äh, vier bis... Drei, vier, ne? Fünf. Fünf. Höhlenarts. Nein. Nein, 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 nein. Höhlenarts. Nein. Bitte nicht. Nein. Höhlenarts. Oh mein Gott. Ja, ich freue mich so drauf. Ich freue mich auch schon so drauf. Hä, was zum Geier? Achso, mal, geht hier runter. Oh, achso. Oh, scheiße. Hier steht es ja alles zusammen. Da, da ist der Böse. Da ist der Böse. Der Große. Da, seht ihr euch schon an. Seht ihn euch an. Der Böse. Oh Gott. Der Böse. Ich hasse das Level. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich bin da sau übertrieben. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich auch nicht. Also hier kommen die Kommentar ausblenden. Höhlenarts. Höhlenarts. Wow, what the. What the fuck. Ich scheiße auf die Buchstaben. Ich scheiße auf euch. Ich hasse wenn der riesen Kommer. Dann denk ich da und der macht mich kaputt. Ich rede in diesem Part total, also. Ich kann... Gott, 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 Gott. Checkpoint hab ich's auch... Nein, 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 nein. Oh Gott, das war irgendwie ein bisschen glitch, denn ich wurde nicht getroffen. Oh, oh, oh. Ich hab... Ich vergesse hier alles. Gut, überlebt. Gleich macht es. Es kommt dieser große da raus. Gut. War sogar noch ein Positol, weil ich noch nicht hatte. Hast du eingesammelt? Geil. Nö. Hatte ich nicht, aber ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, wo es ist und frisst er mich jetzt oder nicht? Okay, haut jetzt ab. Hau ab, Junge. Alter. Frisst er dich jetzt oder nicht? Ja. Ohne, er spuckt ja bestimmt dieses Ding. Ja, er spuckt jetzt. Ach, das jetzt mit den Laser, das ist übelst. Das ist krank. Das ist krank. Okay, ich wurde direkt getroffen beim ersten Spucker. Aber ich dachte, er geht mir hinterher, aber das war irgendwie fail. Egal, kann man nur scheiß Raketen. So, kannst du ja eh nix. Okay, er steht erstmal in der Mitte. Dann gehe ich lieber hoch. Und jetzt runter. Mitte. Ja, er macht Laser. Ja, hoch. Baf. Ich hab, ich bin gut. Wieder runter? Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Okay, hoch. Und ich denke, man wirklich, das fast krankt ab. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh, der große Laserhund. Jetzt kommt, glaube ich, nur noch der Boss oder kommt da noch eins danach? Ja, der Boss kommt. Ich will jetzt keins überspringen. Ja, ich bin auch beim Boss. Ja. Ja. Maulwurfzug. Mann, ey. Da werde ich so unnötig jetzt getroffen. Ich wette mir, ich fehle beim Maulwurfzug. Ich hasse den Boss auch. Also, er ist irgendwo einfach, aber irgendwo wieder nicht. Ja, am Schluss bin ich nicht schwer. Und ich hab dir die verpasst. Ihu. Nee, Spaß. Hass. Oh, das ist alles so geil gewesen. Ich freue mich. Aber ey, guck mal, wir haben jetzt 13 Minuten aufgenommen. Wir hatten sonst mal 20. Wie kannst du in diese... Wie kannst du da drauf gucken, während du dich konzentrierst? Und wir waren am Laden. Die Frau? Nee, Spaß. Die kann auch. Äh, wieso müsste ich da springen? Das ist nicht normal. Das ist... War am Laden. Ja, und da fährst du sowas. Für sowas halt... Was? Ach Gott, ich tranzere mich jetzt beim Boss. Was? 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 Was hat der denn gemacht? Das hab ich ja noch nie erlebt. Also, das war jetzt unnormal. Das war nicht realistisch. Was? Was ist runtergeflogen? Ja, ja. Cool. Ja, klar. Äh, wo? Ach, da hinten. Der hinterste. Klasse. Was guckst du? Na, klasse. Mein Dedikon ist weg. Ja, Bombe weg mit dir. Aua. Noch ein Leben. Bombe weg. Ich seh schon, dass ich feile. Oh mein Gott. Leben. Leben. Und ich hab das Leben geholt und bin runtergeflogen. Oh Gott. Ja, ich kenn das. Danke. Du hast es gewonnen. Nee, ich hab schon wieder Didi verloren. Was will der mit dem Bomben da? Ich war so gut dran, ey. Ich kenn das. Ich hab eben auch total... Oh Mann, ey. Ich war grad so in den Boss drinne. Ich kenn das. Ich glaub, ich weiß, was mein Fehler war. Du willst mich nicht abwenden. Scheiße, Drecks für mich. Bitte feile, bitte feile. Sag bitte sowas nicht nochmal. Doch, feile. Fall runter, Twister. PNF Twist. Oh, ich feile jetzt. Okay, jetzt hab ich mein Leben wieder geholt. Ja, ja, ich auch. Ich bin grad nur noch... Wie kam der denn noch dahin? Ach, Schnauze. Der Fischer. Danke, Leben. Danke. Ja, ja, ja. Okay. Oh, oh, oh. Ah, der wirft ja nochmal. Nee, lange wirft ja nochmal. Oh mein Gott. Wie oft wirft er? Wie viele Hügel kommen hier noch? Na, klasse. Fail. Bist runtergefallen? Was nicht? Das wäre, glaub ich, nicht so gut. Okay, ich hab immer noch Didi, aber... Ich hab Angst vor dem Feilen. Ich hab Angst. Mann, Didi ist weg. Bitte sag. Du nimmst auf. Es verliert ja so tausend Leben. Klar. Oh mein Gott, ich hatte den Bus nicht mehr so lange in Erinnerung. Das ist schon mein Großen. Nein, nein. Ja, 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 der Wagen ist da. Nee, nee, der kommt jetzt erst. Komm mir auch. Jetzt kommt die schlimmste Stelle, obwohl die einfach ist. Ja. Gut. Nur ein Leben. Jetzt kommt der Höchstpersönlich. Wieso kommt der denn jetzt da raus? Das ist auch unrealistisch. Wie oft denn noch? Bitte. Können wir auch schon... Könnten wir auch nochmal... Ja, geschafft! Oh mein Gott. Ich hab's tatsächlich gewonnen. Ich glaub's nicht. Wo hast die Loren überlebt? Und diese Filmsequenz konnte man noch wegdrücken. Okay, und ich klopp jetzt extra daneben, denn das spart nochmal extra Zeit. Welche Filmsequenz? Wenn man den Boss besiegt hat, kommt der so, dass man den so trifft. Ja. Schafft. Oh mein Gott. Dankeschön. Ich hatte auf diesen Part keinen Bock. Okay, ich lass dich noch so lange, bis du stirbst. Ich stopp schon mal meine... Ja. Videoaufnahme. Jetzt. Dann hab ich... Aber kannst du also immer abwechselnd gewinnen. Was? Es ist immer abwechselnd haben wir gewonnen. Zwei, zwei, ja. Einmal ich, dann du. Also ich hab... In Welt, äh, drei, also im vorherigen Teil hier von... Hab ich so unnötig gefehlt. Ja. Komm, stopp uns lieber mal, sonst hab ich zu viel zu... Ich bin so kaputt. Okay, ja, vielen Dank fürs Anschauen, zwei, zwei. Das wird noch ein harter Kampf, ich sag's euch, Leute. Okay, dann würde ich sagen, bis zu paar... Äh, bis zu Welt 5. Die wird auch nochmal richtig, richtig hart. Für Annetz-Ways und, ja. Tschüss und bis dann.